Willkommen zurück ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Alice Madness Returns und wir wollen jetzt wissen was passiert also sterblich das ist ein Witz oder das ist definitiv ein Witz das müssen wir anscheinend ein bisschen mehr öfters tun und er hat mich erwischt und diesmal hat er mich nicht erwischt ok der erste wäre tot warte komm zurück ich bin deine Rettung irgendwie was ist das und Rettung irgendwie ist auch gut das hört sich ganz anders an als normalerweise was? 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 verarsche? ich darf hier anscheinend kein Picknick machen unterwegs nein 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 oh scheiße gleich am Anfang das geht doch nicht ok nochmal schnell diesmal hab ich glaube ich dann aber auch die Rosen wieder da also gut vielleicht muss ich ah ich muss im Licht von denen bleiben ok ich darf also wenn ich aus dem dicht bin dann werde ich gleich angegriffen und das war's dann wahrscheinlich gut dann versuchen wir mal in der Nähe von dem Fisch zu bleiben und schon wieder tot toll gleich nochmal ja spring ist nicht so meins aber es funktioniert hoffentlich gleich gleich mal ich hab's ja jetzt einigermaßen verstanden ok die Haie sind wirklich böse die sind wirklich böse nicht vorbei nein nein habt ihr das gesehen ich bin von der Kante gerutscht von der Kante gerutscht also nochmal das kann jetzt noch ein bisschen dauern so fünf sechs Stunden ihr kennt das ja spult einfach vor und dann nehmt die nächste Folge ich kann das immer noch nicht so einschätzen wie weit die jetzt überhaupt springt ok ich gebe mein bestes kommt er? ja gut nein weißt du was ich sag dazu einfach nichts ich sag dazu nichts ich bin hier grundsätzlich an allem wobei was geht ich jetzt nicht ne ich spring hier grundsätzlich an allem wobei was geht boah aber das ist echt richtig cool sieht das ja alles aus warte soll ich lieber vorspulen bis ich das geschafft hab sonst endet das wieder hier in so ner nur springfolge also fünf minuten lang bin ich jetzt nur hier am hin und her hüpfen das kann doch irgendwie nie angehen und unfähig also gut ich lass den mal wieder ein bisschen näher kommen genau genau so ganz ohne den ist mir das doch ein bisschen suspekt hier ich werde es nicht von den Haien abnehmen lassen die Haien sind gut die Haien sind süß ich glaub so zweimal werde ich rausschneiden weil das will doch keiner sehen dann oder ich lasse drinnen und blabier mich vor der ganzen Welt naja das ganze Welt ist es noch nicht aber weil die dieses Video mal sehen werden da 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 oh das war auch schon wieder verdammt knapp ey ich ich darf mich nicht von den ablenken ja ha 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 ok wir holen auf erkennlichsten Dank fürs Erlösen Traumha- und da wurde der Sound abgeschnitten genau genau so braves Mädchen wirklich braves Mädchen da ist der Kompagnon seht ihr den? ja gut ok kann ich mal ausprobieren ok das bringt nichts mehr dachte ich nicht aber gut ins nächste wo wir denn wieder hüpfen werden? hoffentlich nicht obwohl da hoffentlich das Sound nicht abgeschnitten wird Seegpferdchen Seegpferdchen ok was? ach scheiße ach scheiße ach scheiße was 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 darauf war ich jetzt seelisch und geistig und überhaupt nicht drauf vorbereitet ey was ist das? ich war noch nicht bereit einmal durch die Mitte und mich erschießen lassen ab durch die Mitte wo schieße ich hin? ich weiß es nicht was? oh mein Gott macht spitze scheiße die spitze kacke ist und er tropft mich an äh so sprit ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht oh scheiße komm einfach und schlechter geht es bei ihm hier Nicht hinterher! Was ist das denn? Schlecht! Das ist einfach nur schlecht! Ich hatte Leben, das hat sich dann damit auch erledigt. Direkt seit dem Gesicht gesprungen bin ich! Sollt's ein bisschen Abstand haben, Alice. Ich weiß auch nicht, wo der gerade ist. Wow! Krass! Wie kann eine Seele so ignorant sein? Ich bin ein erhöhtes Gebet! Das sehe ich genau so. Okay, ist halt also wieder hier in den Folgen. Halbtot! Schon wieder! Ich dachte, das hätten wir langsam. Ja, ich bin schon wieder. Ja, ich bin schon wieder. Ja, ich bin schon wieder. Das war! Ich weiß nicht, was es war. Es war! Es war wahr! Kann ich da einfach hin? Dann muss ich wohl. Okay. Danke! Nun bin ich wieder mit meinem Schiff vereint. Jetzt habe ich diesen 1H nicht bekommen. Ehrlich? Beeil dich, Alice! Ja, ist ja gut. Ihr seid bestimmt wieder böse oder sowas. Wie man nur verraten wird, man hier nur. Okay, also... Der Nächste mit keinem Leben. Das ist super. Bestimmt voll machbar. Wird nicht in 50.000 Mal ausatmen. Nein. Überhaupt nicht. Ich gucke mir jetzt erstmal hier an, was hier für ein lustiger Typ kommt. Wie ist man nur der? Wo ist das? Kommen die jetzt immer wieder, oder? Okay. Das ist ein lustiger Typ. Okay. Das ist ein lustiger Typ. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, war klar So viel dazu Haben Engel auch so viel Ärger Wahrscheinlich Okay Das ist Träuner Weltmord hier Aber Ich würde ja nicht Alice spielen, wenn ich mich damit rechnen würde Wow Das ist fast schon ein bisschen sehr schlecht Das war richtig schlecht Licht? Danke Voll duftige Idee Wo will der hin? Bin tot Boah Eine Rose Wie soll ich wo damit hinkommen? Ist mir egal Und mein Licht ist da Ich finde wenigstens nett, dass es hier wartet Weil sonst hätte ich echt arg Probleme Die sowieso schon habe Davon mal neutralisierend abgesehen Ich weiß gar nicht, was es sichtbar macht Nein Hier wollen wir hin Nicht Nicht Nein 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 Hier mache ich einen kleinen Schnitt Und Was blinkt da? Äh Ja Nichts mit Schnitt Doch mit Schnitt Aber Ihr werdet sehen, wie ich faile in der nächsten Folge Okay Danke fürs Zuschauen Lasst doch mal ein paar Kommis da Oder ein Abo, wenn ihr mich gut findet Meine Let's Plays, was auch immer Ja Oder desliket das einfach Naja Bye Bye